Und wenn ihr jetzt diese beiden tollen Schläger, die wir für euch gemacht haben und diesen passenden Wasserball dazu gewinnen wollt, dann bleibt dran. Wir danken euch ganz, 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 ganz herzlich für 500 Abonnenten. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr natürlich bei uns dranbleiben und dafür sind wir euch, wie gesagt, sehr dankbar. Deswegen verlosen wir natürlich auch die beiden Schläge. Als kleines Dankeschön an euch, lasst dafür einfach eine Zahl zwischen 1 und 50 hier unten in den Kommentaren und dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Dann geht es Ende des Jahres bei uns weiter mit einem Holzhaus, was wir bauen wollen. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen, das wird mit Sicherheit mega spannend. Und wir wollen euch natürlich auf unserer Reise mit dabei haben und freuen uns natürlich über alle Abonnenten, die bis dahin noch dazukommen. Also, vielen Dank ihr Lieben, hat Spaß gemacht bis hierhin mit euch. Viel Glück. Weitermachen. Ciao. Mitmachen.